Punkt 3.2.2 Okay. Ja, ich nehme jetzt auf und zynne jetzt an. Ups, und schon passiert, da brennt der Wald. Da brennt das schon. Und, äh, Leiter, genau. Leiter. Spur auf ein neues Feuer. It's awake. Und zynne ich das hier noch einmal an. Und das hier. Und das hier. Und das. Und das. So, und damit's ein bisschen atmosphärischer wird. Ja, dringt gut, gell. Dringt gut. Ja, aber das geht nicht ganz rüber, ne? Da muss ich ein bisschen nachhelfen hier. Wo bist du, Tobi? Ich weiß zwar gerade überhaupt nicht, wieso, aber... Ja. Ich bin herstlich. Neben dir fast. Hinter dir. Guck, ey, cool. Ein Schwein brennt, ein Schwein brennt. Ha, 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 ist gestorben. Alter, warum brennt das da hinten, ne? Huh. Aber Tobi, warum tündest du jetzt die geile, äh, die geile Waldstück da ab? Ich versteh's nicht. Ich mein, das sah doch so cool aus. Und du brennst das einfach nieder. Ich mein, was denkst du dir dabei? Ich mein, bist du so ein Brennstifter? Ui, das ist ja gar nicht mehr auf mit den Wäldern, ne? Und du zündest alles an, das ist echt der Wahnsinn. Eigentlich entschöne hier. Ja. Schön zum Wahnsinn. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Das sahen wir. Ui, nein, ah, naja, ich lauf mal ein bisschen rum und zünd ein bisschen rum. Also alles. Ups. 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 Aber das erhält die Nacht, ne? Ich mach Licht. Ups. 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 Ja, oh, ich bin auf dem Baum. Auf welchem? Hey, wo bist du eigentlich hin? Wo bist denn du jetzt hin? Ah, da unten bist du. Ja, ich war auf dem Baum dran. Du hast ihn angezündet. Aber ich bin gespannt wie das ihm ohne Bäume ausschaut, das ganze Gebiet. Ich glaub, das wär natürlich noch auch cool zum Baum. Ich mach mal Tag. Zum Tag schaffst du das doch auch! He know. Prozent 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 ja ich hier war meine der Titel und Stammweck aber guck mal dann links zum Beispiel wie viele Bäume aber irgendwie ladet der Schatten gerade bei mir nachher ist ein Schaftes brennt gleich ob das war die falsche Taste komm lauf mal ins Feuer hier kick's mal rein hier ja genau da hab ich gar nicht hingekriegt ja hoi Simon dein Wald brennt soll ich den Wassereimer, äh einmal Wasser geben? schau mal das brennt immer noch weiter das geht jetzt voll durch hier glaub mir na Tobi was lernen wir daraus immer schön im Wald mit Feuer spielen komm mal ab du willst mich verraschen, Junge war hihihi hihihi wo ist jemand glaube ich, wir passen alle zu zweit in einen Block rein? Warte eh und probieren wir uns mal so Hör auf was fasst du da oh ich mach Gottmund an wenn du sie ich mach mit Tobi fliegt einfach wahrscheinlich nur hinterher teleportier mich zu dir ich bin auch runter gefallen Hilfe teleportier mich hoch ich bin tot Tobi oder Stevie teleportier mich zu dir schnell TP Zeit dir denn ich bin aus der Map gefallen ah ich muss Leice sein mein Gott jetzt soll ich dich geporten ich habe dich geportet danke lol ah lol habt ihr voll aus der Map gefallen Schussbackius, oh nein, meine Diamanten zum Facken Da spielt man mal ein bisschen rum und dann verliert man alles, das ist ja geil Dann lass sie wieder wechseln Oh ja Ja, wie viele Diamanten hattest du? Null Ja, das ist echt schade Willst du hier einen auf Patrick machen von Spongebob oder was? So ähnlich, ja Aber ist sie cool aus, irgendwie Ja, irgendwie ist das lustig Aber ich würde, dass die Erde raushauen und dann noch was anderes rein tun, so Dungeonsteine oder so Ja, ich will Wolle machen Wolle, blaue Oh, so, so, so blau, grün oder blaue Ja, aber was gibt es ja alles für Farben? Blau seid ihr dann Ähm, wieder am Anfang Ja, guck Dunkelgrün wäre cool Dunkelgrün gibt es, ja Ähm, wie kriegt man das? Äh, wie ging das nochmal? Du musst doch da zwei Farben mischen Ich schau mal nach, ne? Äh, ja, ja, wenn du es sagst Baa Geh, es sind halt Dankeschön Ach, Simon, guck mal über dir Guck mal nach oben Kaktusgrün Also ich brauch Kaktusgrün Was? Was ist über mir? Ha, das noch rumgeguckt, geht Ähm, ja, jetzt brauch ich Kaktteen Ah, stimmt, stimmt, stimmt Ähm, ja, ich hab eigentlich alles weggefahren da hinten Da hinten war eine Wüstenlandschaft Oh Hab ich alles weggefahren Und wo könnte ich da noch hin? Müsstest du weitergehen? Ich hab aber noch in der Bank, glaub ich, noch ein paar Kaktteen Das wär super Aber auch nicht mehr besonders viele Du musst einfach Richtung Ich sag jetzt einfach mal Südosten gehen Ähm, ne Frage, wie Ja Wie komm ich eigentlich wieder zurück? Wie kann ich mich zurückporten? Home Einfach home Querstrich home Aber du musst erst das home machen Ah, okay, danke Ja, du machst Ich bin faul, ich mach's jetzt einfach Oben liegen hier Dutzende von Steinen auf dem Boden Weil du ich das Ding abrührst Ich finde, ihr solltet an der Burg weiterbauen Die sieht echt cool aus Jo Ah, ich kann nicht fliegen Und da vergeht dann die Lust Wenn man nicht fliegen kann Soll ich dir mal in meinen Minecraft-Ordner schicken? Ah Ich weiß nicht Ich hätt schon Bock Aber ich will meine Textur nicht nochmal neu rein Ja, kannst du nicht die Textur rauskopieren und dann Nein, das ist nicht so das Problem Aber ich will einfach irgendwie nicht Ich weiß nicht wieso Ich will einfach irgendwie nicht das machen Ja gut Ein Pack Äh, ein Haus zu machen Hierfür macht das Hä, hier steht ja noch ein Haus Echt jetzt Ich pop mich zu dir Da hinten Ach, das ist das Lol, das ist ja gar nicht so weit weg Ja, da hinten Ist was noch übrig ist Ja, hier sieht keine Cocktail Oh Ja, überleg mal Ja, hier ist keine Wüste Lol, was ist das da hinten? Da ist sie Die Brücke Ja, das hat Tobi gebaut Ah, okay Da, da, guck mal, links, da ist Sand Und warst, und warst du da schon, oder? Ja Toll Achso, mit den Kakteen jetzt Nein, nein Achso, oder ich weiß nicht Ja, ja, meinte ich ja Mast du gucken? Zieh mal, guck mal nach hinten Ja, doch, war ich Siehst du Wasser zum Links? Ja Ja, aber vielleicht wächst es ja nach Das ist aber wie Ich muss Kakteen einfach immer nur das ganze Stück auch stehen lassen Geht auch Ich habe, wie gesagt, in meinem Keller noch welche Könnte man eigentlich Kakteen pflanzen Ja, eine Kakteen-Plantage Geh, Sonnzeit Danke Geh, Sonnzeit Ja, Alter, jetzt kommt alles zusammen Ist es jetzt Kies, oder? Das ist Sand Nee, das ist gar nichts Das ist Kies Nee, das ist gar nichts Ich dachte, das wird zu leben, ne Sextfunk kenne ich halt noch nicht von den Kies, ne Ah, nee, da wird hier nix sein, Simon Kann ich dir jetzt schon sagen Oh, wie ist Sand, ey Gut zu wissen, wenn man so Glas herstellen möchte, ne Geil Was willst du hier bauen, Tobi? Ne Ahnung, einfach mal erst die Fläche Guck, gib es Oh, wie viele Steine Ich habe keinen Platz mehr mit dem Tag Das sind Steine Eider Und ich laufe halt voll durch Boah, scharferen Maß Ich schweine auch den Bullen Mö Hoppala Weiß was mir grad noch auffällt Ich nehm noch auf Oh, Simon nimmt mich mit Boah, Simon ist bei dir auch grad das mega Loch hier Oh, ich hing fest Ne Aber kannst du mal mitkommen Wart du mal Heute ist voll das mega Loch hier unten bei mir grad Bei mir nicht, das ist ein Anzeige Back Ja, komm doch mit, wir müssen dann gleich Ja, super, jetzt häng ich hier fest Seht ihr wie ich rumspack? Mach mal nen Vlog Mach mal unter mir, unter mir, versucht mal unter mir irgendwie Das ist nicht so gut Oh, okay, jetzt geht's hin Wie komm ich jetzt hier hoch? Leute, hinten ist ja Winter Ausstrahl Ich will Kann sie nicht auch Fly machen? Ja, man will ich nur warten, bleibt so stehen damit ich nicht gleich Höhen Lein Ich hab mir gefallen, was war das? Das war ein Backmann Warte Hör auf Okay Jetzt hau ich die Scheibe kaputt So Lol, wir dürfen uns nicht berühren Hör auf Oh Das wusstest du doch sowieso Nein Woher denn? Ich hab den vor wenigen Minuten installiert Ach so Oh Das wusstest du doch Mama Mama Ja Schade, das ist die Web Schade ist die Web Hör auf 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 Loll, der Berg da rechts sieht eng geil aus Fächer Loch da drin wo du bist du näher her ich sehe den Bisschen noch nicht so ein kleines irgendwie sieht der cool aus finde ich n Mann hier ist wohl Winter aber ich will Kakteen verdammt ich hab mich selber geblockt ja irgendwie wird das so nicht um hast du noch Kaktus grün sind hab ich doch gesagt gut dann zb er nimmt durch sie so wie wir mich umbringen ich habe das behindert ich habe noch ein halbes Leben halb ist ja da ist Simon ja bist du noch drin ja aber ich bin nach Hause so hier ach lol weil jetzt ist da die Glasplattform noch da ja ja okay lol mein Homepunkt ist ja voll am Arsch der okay ist da aber jetzt